Hallo, ich bin's wieder. Wir sind nach langer persönlicher Abwesenheit. Ich bin wieder zurück, um dem schwarzen Ring den Arsch zu versohlen. Wee! Gerade eben habe ich schon mal eine Aufnahme gestartet. Lass es mich so ausdrücken, es hat nicht geklappt, ich bin gestorben. Aber jetzt... Erstmal die Ballisten hier schön in Asche legen. Diese blauen Dinge muss ich zerstören, damit der Antitrachenschild um die innere Festung deaktiviert wird. Das kann ich ja schon, nur gab's noch nie so viele. Weg hier! Schau mal, gibt's hier irgendwo einen Heiltrank? Heiltrank, Heiltrank, HEILTRANK! Das kann ich nicht so auslücken. Ich bin ein Heiltrank. Ich bin ein Hund. 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 Okay, jetzt heilen wir uns wieder. Ich habe jetzt echt ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube ja, seit gut einem halben Monat. Okay, noch einen Mördrang in den Rachen. Welche Stufe stehen? Wir sind 32, also sind wir bei 33. Ah klasse, okay, dann ist der letzte Stufenaufstieg nicht mehr weit. Ach du meine Güte. Okay. Und stirb. Okay, noch einen weiteren Haltrang. Komm schon. Ach nee. Noch einen Mördrang. Das war jetzt blöd. Ich hoffe, dass es ihn umbringt, hat er noch ziemlich voll Leben. Ohohoho. Bist du was? Ich speichere mal schnell. Spiel speichern. Okay. Und wieder in die Luft. Ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen taktisch anzugehen. Es ist zwar nicht viel Taktik, aber doch, es ist eigentlich viel Taktik, weil es ziemlich clever ist, diese ganzen Gutstätten zu zerstören, bevor ich mich um die Türme kümmere. Und das hier, das macht mir auch ordentlich Probleme. Na komm schon. Oh, Mist. Und gleich nochmal. Ja, ich muss viele Pausen machen, weil ich einfach schlecht bin. Stirb. Und noch ein Malertränkchen. Ein Malertränkchen hinter die Bindekippe. Okay. Okay. Wo sind jetzt noch Türme übrig? Da vorne sind noch Türme übrig. Ich will jetzt eben noch Level 34 werden, bevor ich nach Alarot gehe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht auch nicht. Dann muss ich nämlich die andere Festung noch machen, bevor ich nach Alarot gehe. nach Alarot gehe ich nicht, bevor ich nicht meine volle Kraft habe. weiter. Ich weiß nicht, dass das alles los ist. ganz gut, dass der Leiber steht. Ich kann es doch nicht glauben. Ich schaffe das Ganze hier ohne getroffen zu werden. Ach, rutscht mir ein Buckel runter. Hatten sie noch Türme? Gestirbturm! Junge, du bist total verrückt. Ja klar, der kriege halt ein bisschen mehr aus, aber auch nur eins. Und noch einen Traumkunde, die Binde. Und hoff! Jetzt haben wir schon ein bisschen irgendwie unsere Ruhe. Achso, jetzt bin ich rausgeflogen. Wieviel brauchen wir noch zum Aufsteigen? Boah, 9000, das ist ja so gut wie nix. Es ist zu still. Zu still. Da vorne ist auch noch einer. Da unten. Da hinten seht ihr ja schon ein bisschen den Anti-Drachen-Sheld. Jetzt, jetzt sieht man, jetzt sieht man. Jetzt müssen wir zuerst diese Generatoren hier zerstören. Hier ist niemand. Weil diese Festung nur so viele Ebenen hat, ist es unmöglich, diese ganzen Dinger eigentlich richtig zu lokalisieren. Nein, nein, nein! Danke, 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 danke. Jetzt speichere ich nochmal. Oh, ich sehe, uns geht gerade die Zeit aus. Mit dem her. Aus! Aus! Mache ich hier den Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!